Hallo Freunde und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships mit Jeschio. Viel Spaß von zuschauen. Auf mit der König ins Gefecht. Die hält auch ein bisschen mehr aus wie ein Zerstörer. Wenn wir aus dem Gefecht raus sind, dann dürfte die G101 auch raus sein. Und hoffe, dass ich genug Punkte zusammen habe. Wenn es nur noch so 20, 30 sind, kann ich ja dann auch mit freien EP machen. Sieh da, zwei Flugzeugträger. Hm. Na, das schmeckt mir ja wieder richtig. Haha. Gucken wir, wer zuerst schlafen geht. Die Gegner oder wir. Hm. Hm. Zehnmal das, ne? Hm. Wir sind aber wirklich alle so auf ein Häufchen hier gesetzt, ne? Wenn man mal so auf die Map guckt. Alle wirklich so auf ein Häufchen gebaut. Komm ich drehe auch mal ab. Jetzt hänge ich gleich erstens in einem Kreuzer drin und bin da auf der Seite wieder ganz alleine. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich bin mir nicht sicher, was das da vorne werden soll. Warum fahren die jetzt mitten rein? Wir hatten doch eigentlich gerade... Okay. Naja, bin ich ja mal gespannt. Wir haben doch eigentlich gerade den Kurs gesetzt, so ähnlich wie ich. Außenrum. Hinter den Inseln lang. Jetzt fahren sie doch vorher. Na ja. Ich bin aber gespannt, ob wir gleich zwei weniger haben. 10,7. Könnte ich drauf schießen? Könnte ich mal machen? Geht der ab? Einfach mal so ein bisschen was in die Richtung feuern. Ne, ich glaube nicht, dass ich den getroffen habe. Hm hm. Habe ich nicht. Das wird ja irgendwo stehen. Äh, 16,3. Also genau. Ne. Ich sage nicht weiter. Out of range der kleine. So. Ähm. Alle Stationen. Feuerunterstützung geben. Ich glaube, die hatten die gleiche Idee. Also die gleiche Richtungsidee. Oh. Ich nehme das viele. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. So viel auf einmal, ich kann mich nicht entscheiden. Aber ich bin eh noch nicht in Reichweite, oder? Hallo. Na, was passiert? Guck mal. Wo? Guck mal. Da ist noch nicht so viel. Ich glaube, ich fahre, ich bleibe auch mal außerhalb. Ich fahre auch mal hier außen um die Insel. Glaube ich um einiges gesünder. Jetzt habe ich da so viel drauf abgefeuert und die haben wir getroffen. Da kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl wieder nicht mein Ernst sein. Also wirklich. Haben die es auf mich abgesehen? Da ist doch was im Rage, noch ein Kreuz. Da ist noch ein Cross, ein Kreuzer. Ja, Kreuzer, Kreuzer. Ist mir hoffentlich mit genug Vorhalt, genug Treffen. Oh ja. Guck getroffen, Junge. Ob das ein Cross beibehält? Momentan sieht es gut aus. Ja, gedreht. Der hat gewendet. Der hat tatsächlich gewendet. Okay. Na, dann sollte ich mal was in diese Richtung fahren. Ich drück mal rum. Geortet. Das ging derische Team hat die Führung übernommen. Ja. Dann fahren wir wieder ein bisschen in die andere Richtung. Die fahren so schön am Horizont rum. Ah, stopp. Nicht zu weit rum. Da kommt Torpedos eingeschwommen. Die sind für den Kreuzer gedacht da hinten. Hm, denke ich mal. Dass sie doch für mich sind, dass sie so mal vorbeifahren. Da war ein Zerstörer. Das weiß ich. Da hab ich gesehen. Rosa. Da. Da ist die, ich denke. Das ist gut. Ich habe mich ... Ich habe mich ... Okay. Hmm. Okay. ich will den habe immer auch zerstörer ja und dann nicht mehr gemacht mit dem schlachtschiff zerstört schon aber direkt gejagt eigentlich selten ich bin da noch nicht wenn da so eine reichweite ja sie machen die insel kaputt stopp 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 rum andersrum andersrum anders nicht die insel rammeer ich habe fast vermutet dass ich entdeckt bin mit der insel hier ja nichts neues entdeckt zu sein fahren gerade ein paar torpedos rum ja was soll ich machen nehme einen und lass den anderen vorbeifahren ganz ruhig brauner das ist ruckzuck repariert doch hätte wegzukommen von allen torpedos dann hätte ich den hätte ich zwei gefressen muss er nicht sagen zwölf guck mal zwölf war das tanz hat er und und Äh, das geht also, was? Der ist rum? Ah der ist rum. Wegen den Torpedos. Okay, aber ich habe auch irgendwie welche. Ah, dritt automatisch bei. Cool. Okay, dann müssen wir ein Stück zurück. Geht nicht anders. Torpedos voraus. Torpedos voraus. Ah ja, ich sehe es. Torpedos voraus. Ja, das heißt doch nur, dass da hinten irgendwo einer rumturnt. Sonst könnte er doch nicht unseren Bereich erobern. Jetzt erstmal irgendwie verhindern. Oho. Ja, dann navi. So komm, du musst da irgendwie hin, rein da, los, 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 in den Bereich rein. Jetzt bin ich auch in dem Bereich, jetzt hier Stillstand mit der Oberfläche. Torpedos. Yep. Torpedos voraus. Torpedos direkt voraus. Torpedos. 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 Torpedos des BHPurements. Bleibt mal besser in dem Spitzen Winkel zu dem. wenn ich nämlich die torpedos ausweichen jetzt drinnen wir bei unsere flagge ist gerettet erst mal das war ein verdammt zu den beiden unsere flagge geholt hier so so Untertitelung des ZDF, 2020 So, die anderen Türme drehen auch noch mit, das ist gut. Und jetzt. Na? Der fährt aber schön geradeaus, das finde ich aber, ne, jetzt rät er bald, okay. Ach, schade, schade, verdammt. So, erstmal, willkommen zurück, Keksegore. Welcome, ich hoffe, du hast etwas sehr Leckeres an deinem PC geholt. Ich habe auch aufgefüllt, und zwar Kekse. Hm, hm, boah. Hm, 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 hm. Hm. Guck mal. Gönig ist wieder da. Mittelfeld, na ja, gut. So, die G101 hat, ähm, 900, noch was. Ey, cool. Wie habe ich denn das geschafft? Weiß, was das heißt? Heißt, dass ich mir die jetzt holen kann? Hm. Gut, komm, 234, freie, die Opfer haben wir jetzt kommen. Ach. Wie jetzt. So, kaufen. Äh, ohne Platz. Ah, komm, mit Platz wäre 300 freie EP, äh, 300 EP, ne, ohne Platz. So, ähm, Käpt'n. Ohne Käpt'n. So. Eigentlich brauche ich dafür keinen Käpt'n. Nehme mal den Käpt'n weg. Ohne Käpt'n, bitte. Dankeschön. Und, okay. So. Da kommt jetzt. So, der Käpt'n wird hier zugewiesen. Und zwar von der, wo ist er? Außer Reserve? Ne. Ne. Schiffen, so, da sind's. Und zwar möchte ich gerne den von der G101 haben, den Stefan Laue. Den möchte ich haben. Zuweisen bitte. So, die Glockenschule bezahlen bei ihm. Somit wären es dann weniger, die er noch erwiesen werden muss. So, jetzt muss ich mir irgendwas gucken. Äh, Präventivmaßnahme? Ne, da war noch nicht. Pädose. Äh, Beschussanlagen? Nein. Ich weiß nicht mehr, was dann war. Ist der vorigenes Ziel? Genau. Zack. Ja, das brauchen wir. Okay, ähm, dann gehen wir hier wieder raus zum Hafen und holen uns, was holen wir uns jetzt? Natürlich eine Tarnung für das Schiff. Okay. Wollte eigentlich eine einfache haben, da, maximale Streuung der Granaten, so, die wollte ich haben. Zack. Kommen wir ein. Automatisches Auffüllen, dafür aktivieren. Und. Einmal zum Hafen. Und die 1 zu 1, die wird erkopft. So, auf, wieder bei. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Team gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.